Auf was muss ich achten, wenn ich meine Rentenanpassungsmitteilung wegen der Rentenerhöhung 2023 erhalte? Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie wissen es ja wahrscheinlich, zum 1.7.2023 gibt es die Rentenerhöhung. Im Osten und im Westen gibt es höhere Renten. Im Westen sind es 4,39% und im Osten 5,86% mehr Rente. Wir haben dann zum 1.7.2023 einen einheitlichen Rentenwert, 37,60 Euro pro persönlichen Entgeltpunkt. Die Deutsche Post als Rentenservice der gesetzlichen Rentenversicherung druckt, ich sage es jetzt mal so ganz vorsichtig ausgedrückt, wie vom wilden Hansgebissen, Millionen Rentenanpassungsmitteilungen aus und versende die an ca. 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Ich habe dazu auch schon entsprechende Videos gedreht. Da ging es dann in den Videos um die Frage, wann ich eigentlich meine Rentenanpassungsmitteilung erhalte, ob es da einen gesetzlichen Modus, einen zeitlichen Modus dafür gibt. Aber jetzt geht es darum, um die Rentenanpassungsmitteilung und ich habe Ihnen mal was ganz Interessantes dazu vorbereitet. Schauen wir uns das einfach mal in der Vorbereitung hier an. Also vor mir liegt hier eine Rentenanpassungsmitteilung, die sehen Sie auch. Und der Absender dieser Rentenanpassungsmitteilung, da bitte drauf achten, ist die Deutsche Post AG, die im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung Westfalen hier handelt. Ja, also im Normalfall ist das sozusagen der erste Einstieg, dass man sieht, aha, kann das eigentlich stimmen, kommt das vom richtigen Absender. Und dann ist der Empfänger, das waren wir in diesem Fall, die Rentenberatung Peter Knöppel. Und wir haben für einen unserer Kunden hier diese Rentenanpassungsmitteilung erhalten. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, auf den Sie unbedingt bitte achten müssen. Zum einen steht hier oben in der Überschrift Rentenanpassung zum 1.7.2023. Das heißt also, das ist eine Anpassungsmitteilung. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, das ist selbstverständlich auch ein Bescheid. Denn wir haben hier auf der letzten Seite dieser Anpassungsmitteilung, haben wir hier eine Rechtsmittelbelehrung. Ich mache das einfach mal im schönen Blau, dann sehen Sie das auch wunderbar. Und in dieser Rechtsmittelbelehrung steht dann auch drin, dass Sie gegen diesen Bescheid Widerspruch einlegen können. Damit sehen Sie, dass es sich hierbei nicht nur um eine bloße Mitteilung handelt, die vielleicht keinen rechtlich erheblichen Charakter hat, sondern es handelt sich hierbei tatsächlich um einen Rentenbescheid, meine Damen und Herren. So, gucken wir uns mal den ganzen Spaß wieder genauer an auf der ersten Seite. Ja, ich schalte da mal um. Und dann das Zweite, auf das Sie unbedingt achten müssen, ich mache das hier auch mal mit Blau, ist, ist in dieser Anpassungsmitteilung die richtige Rentenart ausgewiesen, für die Sie die Anpassung erhalten. Das ist hier zum Beispiel die Rente wegen voller Erwerbsminderung. Das kann natürlich aber auch bei Ihnen zum Beispiel eine Altersrente sein. So einfach ist das. Oder eine hinterbliebene Rente. Also da bitte auch bitte genau wieder prüfen, passt das hier alles, ist das alles korrekt. Denn entscheidend ist, dass die Rentenanpassung auch für die jeweilige Rentenart, die gesetzlich vorgesehen ist, ausgewiesen wird. Und dann sagt die Deutsche Rentenversicherung, dass Leistungen der Deutschen Rentenversicherung zum 1.7.2023 angepasst werden. Das ist so der Eingang. Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Und jetzt kommt aber das entscheidende Kriterium. Und das merken Sie sich bitte. Sie schauen bitte auf die Seite 2 und gucken einfach hier oben in diesen Anschlag rein. Und dort sehen Sie, wie hoch die Rentenanpassung für Sie ausfällt. Und zwar hier haben wir 4,39%. Das heißt also, wir wissen, dass es ein Anpassungsbescheid ist für eine Rente aus dem Bereich West. Der Rentenwert steigt vom 30.06.2023 von 36,02 Euro zum 1.07. auf 37,60 Euro. Das ist erstmal so ganz klar. Aber das entscheidende ist hier, Sie sehen es nochmal, diese 4,39%. Also gehen wir nochmal auf die erste Seite zurück. Und da sehen wir doch Folgendes. Wir haben zum einen auf der linken Seite den bisherigen Rentenbetrag. Ja, das sind also diese 1.518,55 Euro. Und wir haben dann hier diesen neuen Rentenbetrag, die 1.585,16. Und das nennt man auch Brutto-Rente. Ja, Brutto-Rente. So, und nur von dieser Brutto-Rente müssen Sie ausgehen bei der Rentenanpassung. Nicht von dieser Nettorente. Das heißt also, nur die Brutto-Rente, der alte Betrag muss sich um 3,49% tatsächlich erhöhen. Und ich kann bestätigen, ich habe vorhin also nochmal den Taschenrechner in die Hand genommen. Und habe dann über den klassischen Dreisatz hier die ganze Geschichte mal angefertigt. Und habe dann einfach mal als Rechenergebnis tatsächlich rausbekommen 4,39%. Ja, jawohl, genau. Hier unten in der Anzeige ist der Unterschiedsbetrag 3,98%. Aber das ist im Grunde genommen auch völlig klar. Denn von der Brutto-Rente werden ja Kranken- und Pflegebeiträge abgezogen. Und da sich ja zum Beispiel der Pflegesatzbeitrag am 1.7.2023 erhöht hat, kann natürlich hier denklogisch niemals in der Nettorente dann auch einen Unterschied von 4,39% bestehen. Das ist sozusagen erstmal das, was Sie bitte auf der ersten Seite zur Kenntnis nehmen. Dann haben wir noch einen ganz wichtigen Fakt. Ich hatte es gerade angekündigt oder gesagt, kurz angerissen, wir haben zum 1.7.2023 Änderungen in dem Pflegesatzbeitrag. Und der Pflegebeitrag oder der Beitrag zur Pflegeversicherung, der muss von den Rentnern in voller Höhe allein getragen werden. Und jetzt schauen wir uns das mal auf Seite 2 an. Ich habe jetzt die Krankenkassenbeiträge mal nicht nachgerechnet. Das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel. Das können Sie mal selber machen, ob das dann passt für Sie. Da müssen Sie natürlich auch gucken, ist Ihre richtige Krankenkasse erfasst und so weiter. Aber da sage ich gleich noch was dazu, sondern jetzt geht es erstmal um den Pflegebeitrag. Und der Pflegebeitrag, der ist hier erfasst in dieser Rentenanpassungsmitteilung. Und zwar erhöht er sich für Menschen oder Rentnerinnen und Rentner, die Kinder haben, auf 3,4%. Das heißt also, von Ihrer Proto-Rente, das sind hier diese 1.585,16 Euro. Davon nehmen Sie bitte 3,4% und das müssen dann genau 53,90 Euro sein. Auch hier, meine Damen und Herren, habe ich den Taschenrechner in die Hand genommen, habe das geprüft. Und siehe da, auf der Seite 1, da kann ich ein Häkchen dran setzen. Sehr gut gerechnet. Deutscher Rentenservice von der Bundespost, das habt ihr gut gemacht. Also da gibt es keinen Fehler. Also von der Seite her bitte auf der Seite 1 prüfen. Als erstes, merken Sie es sich nochmal, ich wiederhole es. Haben wir den richtigen Absender? Das ist die Deutsche Post AG Rentenservice Berlin. Zweitens, wurde auf diesem Rentenbescheid auch tatsächlich Ihre Rentenversicherung ausgewiesen, für die, die die Deutsche Post tätig ist. Drittens, ist der Empfänger richtig adressiert? Also sind das wirklich Sie, die die Rente zu erhalten, der die Rentenanpassung erhält? Also bitte da auch prüfen, ob die Adresse stimmt zum Beispiel oder der Name. Stimmt die Altersrentenart oder die Rentenart als solches? Zweitens oder nochmal, der Unterschiedsbetrag in der Bruttorente muss im Westen 4,39% betragen. Das ist hier der Fall. Da habe ich ja schon ein Häkchen dran gemacht. Und im Osten dann 5,86%. Dann auch nochmal prüfen, ob tatsächlich die Pflegebeiträge, die ab 1.7.2023 leider nach oben gegangen sind. Ja, ich mache nicht Daumen nach oben, sondern leider nach oben gegangen sind. Hier auch ordnungsgemäß verarbeitet worden sind. Meine Damen und Herren, jetzt schauen wir uns einfach nochmal an, warum Sie diesen Anpassungsbescheid erhalten. Das ist hier unten auf dem Anpassungsbescheid auf Seite 2 zu sehen. Sie erhalten diesen Anpassungsbescheid deswegen, weil es eine Rentenerhöhung gegeben hat und der neue Anpassungsbescheid den alten Anpassungsbescheid aus dem Jahr 2022 ersetzt. Das ist also sozusagen der Rechtsgrund dafür. Dann eine ganz wichtige Frage, auf die praktisch in diesem Anpassungsbescheid hingewiesen wird. Und da sollten Sie bitte wirklich darauf achten. Muss ich meine Rente versteuern? Und dazu kann ich nur sagen, bitte individuell prüfen. Werden Sie möglicherweise mit dieser Rentenanpassung steuerpflichtig? Das können Sie ohne Probleme über den Lohnsteuerhilfeverein oder Ihren Steuerberater abchecken lassen, eine Steuervorausberechnung machen lassen. Ich würde das auf jeden Fall im Zweifel prüfen lassen. Ja, also nicht, dass Sie da hier wegen dieser Rentenanpassung dann auf einmal nächstes Jahr ein böses Schreiben vom Finanzamt bekommen und dann da drin steht, dass Sie eine Steuererklärung abgeben müssen. Also hier bitte unbedingt aufpassen. Dann, was muss ich tun, wenn sich meine Daten ändern, wenn sich möglicherweise mein Einkommen ändert? Das müssen Sie bitte der Rentenversicherung melden. Dazu haben Sie hier einen entsprechenden Hinweis. Also Bankdaten, aber auch persönliche Daten wie Wohnsitz und auch Einkommen oder Hinzuverdienst, was möglicherweise für die Rente relevant sein kann. Ich spreche hier vor allen Dingen nur noch für die hinterbliebenen Renten, Witwen, Witwerrenten, Erziehungsrenten und selbstverständlich Renten wegen Erwerbsminderung an. Ab 01.01.2023 gibt es ja keine Hinzuverdienstanrechnung mehr bei vorgezogenen Altersrenten. Da ist das also sozusagen gar nicht mehr so wichtig. Was aber auch noch eminent wichtig ist, sollten Sie vor der Rentenanpassung 01.07.2023 von der AOK in die IKK oder von der Barmer in die Salus BKK gewechselt haben und das hier im Rentenbescheid nicht ausgewiesen ist. Vor allen Dingen geht es ja da auch um die Frage, sind denn die richtigen Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung angewandt worden? Dann müssen Sie das bitte unbedingt der Rentenversicherung oder dem Postrentenservice melden. Meine Damen und Herren und zum Schluss noch die alles entscheidende Frage. Muss ich gegen diesen Rentenanpassungsbescheid Widerspruch einlegen? Wenn Sie natürlich mit Ihrem Taschenrechner, mit den ganzen Unterlagen und den Informationen, die ich Ihnen gegeben habe, hier zum Ergebnis kommen, es passt, müssen Sie selbstverständlich keinen Widerspruch einlegen. Wenn Sie aber im Zweifel sind, wenn hier irgendwas nicht korrekt berechnet worden ist, dann bitte Widerspruch einlegen. Sie haben ein Monat Zeit, ja, ich schreibe es hier nochmal hin, ein Monat, haben Sie Frist, Zeit, Abzustellung dieses Anpassungsbescheides bei Ihnen und legen Sie bitte dann im Zweifel hier bei Ihren Rentenversicherungsträger, hier in dem Fall wäre es die Deutsche Rentenversicherung Westfalen in Münster, einfach erstmal Widerspruch ein und sagen Sie den Leuten vielleicht gleich, um was es bei Ihnen geht, dass möglicherweise nicht der richtige Krankenversicherungsbeitrag berechnet wurde, also Zusatzbeitrag, oder dass Sie doch hier Anspruch auf den Pflegebeitrag für Versicherte haben, die Kinder haben, weil bei Ihnen möglicherweise der Kinderlosenbeitrag, der deutlich höher berechnet worden ist, also alles diese Dinge würde ich dann dort mit reinschmeißen, damit die gleich wissen, warum Sie hier entsprechend für Sie arbeiten müssen. Ja, meine Damen und Herren, das war es schon, ja, also zum Thema Rentenanpassungsbescheid, auf was Sie alles achten müssen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, Sie schauen bitte auf der Seite 1, ob hier die entsprechenden Rentenanpassungsbeträge 4,39% oder 5,86% von der Bruttorente, also von dem Altbetrag zum Neubetrag, ordnungsgemäß erfasst sind. Prüfen Sie bitte, ob die Krankenversicherungsbeiträge stimmen, vor allen Dingen auch der Pflegebeitrag und gegebenenfalls legen Sie gegen den Bescheid, wenn es Not tut, Widerspruch ein. Näheres zum Thema Rentenanpassungsbescheid, Rentenerhöhung 2023 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen, wie immer, herzlichst eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.